Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde Overwatch in der offenen Beta mit Goro. Hallo, offene Beta ist immer schön. Ja, ich benenne auch die Videos, die in der offenen Beta kommen, jetzt einfach nicht mit Nummern, ich schreibe einfach offene Beta da rein in den Titel. Achso, ja, habe ich auch gemacht. Ja, weil ich kann da jetzt nicht noch, weil die kommen jetzt zwischendurch noch zu der geschlossenen Beta und da habe ich keinen Bock die Nummern mir so zu verschieben, dass das alles passt, deswegen bekriegen die... Ich habe heute die letzten Videos von der geschlossenen rausgehauen und ich habe übrigens die Lootboxen, also wenn das Spiel raus ist, mache ich gerne Lootbox-Videos, weil da macht es auch Sinn, weil da behält man den Stuff. Ich habe, ich habe ja jetzt ohne, ohne dass ich dein, dein, das ist jetzt ohne Gewehr, aber ich habe gehört, dass Blizzard wohl was geändert hat, dass wir jetzt das, was in der offenen Beta, weil es die offene Beta ist, dass man die Sachen behält. Ne, also ich habe von Blizzard schon gehört, dass es, von Blizzard auf Twitter gelesen, dass es gelöscht wird. Boah, ich bin mit Lucia bis hier hochgekommen, nur hochgeslidet, Alter, bin ich nice. Ich habe übrigens den coolen Skin, ne, also den Wolf-Skin von Hanzo, den ich übelst feier. Das heißt, jetzt ist es auf der Wolf, verschlingt euch. Ja, das sagt er wirklich, also manche Sachen sind auf Wolf geändert. Witzig, dass wir gerade, gerade diese beiden Helden hier spielen, ne. Mei ist fast down, Mei ist fast down. Ja, und jetzt ist sie wieder in ihrem scheiß Eisblock. Ah, was? Pharah kommt von hinten. Ich habe noch keinen Kill gemacht, das ist aber auf der Map immer ein bisschen schwer, weil die hier so rumwuseln. Ich stebe nie auf. Nein, 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 nein. Oh, die Mei hat dich gekriegt. Danke, Symmetra. Genji. Boah. Alter, die haben auch einen Hanzo, okay, alles klar. Brother fight. Äh, nicht Genji, Hanzo. Ach, scheiße, die rennen gerade ganz gut durch, ey. Aber ich bin auch nicht eingespielt gerade. Erste Runde, wir müssen ja jetzt anfangen. Aber ich habe meine Ulti gleich. Ich frage, hat den Checkpoint erreicht? Immer schlecht. Ja. Nein, ich schaff's nicht bis zur Tür. Da kommt der Wolf. Der Wolf hetzt seine Beute. Und? Ein Kill, ne? Einen habe ich, ja. Niemand entgeht mir. Drin ist ein Diva. Ach, scheiße, ich habe die Sphäre drauf. Ich muss mich verziehen. Oh, die haben die losgeholt. Oder war das unsere? Das war unsere. Aber. So massiv brutz dann doch nicht. Scheiße. Ah, fuck. Warum ist die schon wieder hinter uns? Ach, Mann, ey. Ständig kommen die von hinten, die Penner. Die Penner. Das merkst du auch, dass die Leute, die das zum ersten Mal spielen, viel öfter von hinten kommen. Das haben die in der Close Beta nie gemacht. Wer nicht wartet, müsste die Close Beta. Wer nicht gewinnt. Man kannte sich. Ja, man kannte sich. Die haben zwei Divas. Das passiert auch in der Open Beta viel öfter. Dass die doppelte Helden haben, ne? Ganz oft, ja. Das fuckt mich auch ein bisschen ab, dass das auch immer beim eigenen Team. Ganz oft passiert, was ist denn hier los, Alter? Alter! Boah, die rackten mich weg, Alter. Die sind doch aus der Close. Die sind doch aus der Close. Aber guck mal, die haben auch schon wieder krasse Level, ey. Die haben viel gespielt schon wieder. Ich bin auch Level 8 und hab nicht so viel gespielt. Die ersten Level gehen ja schnell. Ich hab schon viel gespielt und du sagst, du hast nicht viel gespielt. Ich hab meiner Ansicht nach gestern Abend noch viel gespielt, ey. Lol. Äh, 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 äh. Ich finde, die nehmen hier die Checkpoints ein bisschen schnell ein für meinen Geschmack. Jawoll, Nefi. Das hier ist eine richtig gute... Fuck, 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 fuck! Du kriegst mich nicht! Geh weg! Oh, fuck! Tracer! Ach, das gibt sich. Die rengen einen voll um. Ich muss den Helden wechseln. Okay, okay, okay. Ich mach was anderes. Was machst du denn jetzt? Bastion. Okay, pass auf. Dann geh ich jetzt als Zenyatta rein. Das erste, was ich mit Bastion gemacht habe, ich hab mir erst mal wieder den Spruch geholt. Alles klar. Fuck, die wissen, wo das Portal ist, glaub ich. Was ist noch, Farah? Von wo? Äh, da. Sie hat sich getötet. Da. Genau da. Ah, ne, hat sie gar nicht. Okay. Ich heil dich mal. Okay. Oh, sie ist hier hochgekommen! Mach sie, Goro! Hä? Sie hat dich hochgedrückt mit der Wand. Ich hab's gesehen. Sie steht immer noch links um der Ecke. Ja, Diva kam rein. Fuck! Oh, Alter, die blocken uns hier zu viel. Die schieben zu viel. Moment. Okay. Boah, Goro! Panzer! Ich hab dir noch ne Heilsphäre entgegen geworfen, aber es hat nichts gebracht. Ich hab aber trotzdem drei Kills gemacht. Alleine Oogoro. Ja, du hüpfst als Panzer so rum. Mach ich immer. Asla, Reinhard, stell dich da hin. Oh, Raffe! Affe down. Oh, weg! Der wieder Mecker. Jetzt ist er down. Jetzt ist er down. Oh Gott! Die Wand war gut. Einfach auf die Wand stellen, ey! Arschleg! Oh, die haben den Senjata. Oh, ich muss weg! Nein! Der hat mich gekriegt. Oh! Oh! Oh, weg, 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 weg! Hast du noch geschafft? Ja! Gerade so rückwärts rausgelaufen, ey! Bleib stehen! Oh! Oh! Alter, ich werd hier grade voll gerackt von... Bäschen! Nein, nicht Bäschen! Junkwit! Oh! 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 Hier fach Kill! Wo sind sie? Gerade selber gehört bei dir, ey! Vielleicht bin ich ein bisschen übersteuert. Ja! Au, au, au! Hinter uns! Hä? Sie waren alle Neben uns, hinter uns, so In dem Bereich Sie stand auch auf dem LKW schon drauf Die Tracer Das ist unser Visier, ne? Ne, wenn du sagst, ich hab euch im Visier Das ist auch Nein, tu's denn, ne Ah, doch Oh, nein, Reinhard Ach, komm, dass die mich So fetzen kann, ey Oh, jetzt ist das Portal weg Boah Na, Hauptsache, die war's down Die war's down, ja Die haben Hanso wieder Ah, jetzt haben Haben sie die Ulti Oh, weg hier Zwischendurch noch so'n Mich hat ein Genji von hinten gemacht Oder war's die Tracer Ne, war Genji Ja, hat mich auch gemacht Wie lange hält meine Ulti an? Nicht so lange, ne? Ich hab noch eine Ulti Ich kann das doch safen jetzt Ich komme Yes, alles geblockt Terra hab ich noch gemacht Ja, den Genji hab ich auch noch gemacht Jetzt müsst ihr noch die Tracer, äh, die Diva da wegkriegen Die Mei auch noch Ah, ich bin von irgendwas gekillt Ach, die Diva hat mich gemacht Jetzt läuft die Zeit ab Ne, doch nicht Da schiebt einer Einer schiebt noch Jetzt läuft die Zeit Nein, aber wer schiebt ihn da? Ja, warte Reinhard, bin da So Ah, da rechts ist schon wieder die Tracer Die mich machen will Ach, die kommt immer von hinten Die haben gewonnen Die haben echt noch gewonnen Die fucking Tracer ist halt voll gut Äh, die haben zwei Tracer gehabt Deswegen waren die so nervig Die haben, verflucht, nochmal gewonnen Aber ich hab Highlight gespielt War da vierfach kill Kann ich dir versprechen Oh, die hab ich noch gemacht Da stand ich dahinter Und hab die mit den Kugeln gemacht Da hab ich den Kill nämlich gekriegt Dann, ey Oh, 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 oh Weil ich viele wieder gekriegt Dings war ganz gut Aber trotzdem witziges Spiel Kann's sein, kann's noch nicht Ja, sie haben sich ja erkämpft Aber man merkt halt schon Dass Open Beta ist Und die Leute anders spielen Doppelte Heroes gab's in dem Closed Nicht so häufig Ne Also jetzt ist es ja gefüllt In jeder Runde Auf jeden Fall Die machen das Spiel kaputt Ne, muss die Jobs weg Ach ja, das war Route 66 Ne Freundin von mir war jetzt Im Real Life auf Route 66 Aha Hab ich erstmal gefragt Wie das war mit dem entgleisenden Zug Und? Hat sie nicht verstanden? Hat sie nicht verstanden? Oh, Genshi Ich hab einen coolen Genshi-Spray Kann ich gleich mal zeigen Na komm Zu viele Scharfschützen Wenig offensive Helden Ne, der wechselt Das ist Das ist ein Beta-Spieler Vielleicht doch nicht Ach nö Nämlich lieber Genshi Wen brauchen wir noch? Offensive Helden Wen mag ich denn gerne? Ja, Genshi spiel ich doch Vielleicht doch nicht Jetzt will der auch Soldier Na, Genshi Er wollte wahrscheinlich Soldier, oder? Oh, oh Er ist sich noch unschlüssig Komm, will was anderes Ich will nicht Genshi Sagt er Oh Das ist eine überraschende Wahrheit Ja, das ist überraschend Aber gut Jeder Tod bedeutet Ehre Zeig mal deinen Spray Ehre bedeutet Erlösung Ein Augenblick für meine Vitation Oh, warte mal Mach mal Dass man die auch überall hinsprayen kann So Was laberst du da, Alter? Du bist fast tot Verzieh dich Ich mag dich nicht Genji Warum? Der wurde doch von Hanso fast getötet Hanso dachte ja, er wäre tot Aber Genji ist ja nicht Genau Und dann wurde Genji von Mercy gerettet Und zusammengebaut Als Roboter Und zusammengebaut Und dann hat er Und dann hat er Senjata getroffen Nee, dann war Genji bei Overwatch Und dann als Overwatch aufgelöst wurde Hat er Senjata getroffen Genau Weil er keinen Sinn mit seinem Leben sah Aber Senjata hat mir einen Sinn gezeigt Aua Der Beste da Macht ja gleich Highlight des Spiels zu Anfang Ich treff den von hier hinten Aber warte Der Senjata aber auch Verdammte Scheiße Ich muss weg Boah, mich hat er Mich hat er Die Deffen gut Die Ecke da jetzt gerade So, der Bäschen ist down Guck mal Das ist schon mal die halbe Miete Habe ich down gemacht Nein Oh, ich wollte die Nein Mach die Mercy Einer doch bitte Oh Gott Ich sterbe doch jetzt Oh, jetzt bin ich tot Ich habe sie aber noch gemacht Äh, habe ich Mercy? May, meine ich Mercy hast du gesagt? Ja, ja Aber die heißen ja alle gleich Die ersten zwei Buchstaben sind gleich Ein unbedeutender Was machst du denn da noch im Zug, ey? Durchschreitet die Iris Was ist eigentlich mit dieser Iris? Durchschreitet Das ist, weil er wahrscheinlich nur Weil er Mönch ist Und dann Der Wagen fehlt jetzt über die Pharoah rüber Pfff 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 Bäschen oben auf dem Dach Down Wo? Äh, wo? Die ist oben bei dir Fuck it Ich komme nicht weg Ich bin tot Ich bin rausgekommen Ich werde geheilt von irgendwas Ach, der Lüste Alter Die Raketen Von Pharoah Senyatta geradezu Genji Ich kenne die Geister Die dich plagen Oh, oh Nicht cool Ist weg, ist weg Ich habe ihm die Dinger selber zurückgeschossen Nein Du hast das Schmessphäre drauf Pass auf Und trotzdem ist er tot Das ist cool Kommt von rechts Ne, rechts bin ich langgelaufen Links Das schon wäre am besten am Start Ist tot Der Bäschen ist nicht so gut Ich habe immer outdown Der Lucio ist gut Der heilt immer ganz geil Da ist er weggelaufen Und down Schade Ich hatte fast den Signaler gemacht Nice Boah, wir schieben richtig krass gerade Boah, wir töten alles, was uns entgegenkommt Der Steps von irgendeinem Feind hier gerade Ah, da Da ist die Farah Da ist keiner Farah oben, links Oben, rechts Alter, was ist denn Das ist heute eine kleine links-rechts-Schwäche, habe ich das Gefühl Ja, ein bisschen vielleicht Komm unter meinen Sheep Wir haben noch 5 Minuten, aber hier haben wir ja auch die anderen verdingst Ah fuck, Reap hat mich geholt Aber Na, schade Saya hätte es was geschafft, ihn zu holen Wir pushen die richtig hart Oh, gut, dass ich da weggegangen bin Die Fracht nähert sich ihrem Ziel Fuck, der Bäschen sieht mich Muss weg Alter, was passiert hier? Alter, ich habe nicht mehr gesehen, was passiert ist Ich wurde nach vorne gezogen, nach hinten geschoben Ah, da hat der Bäschen mit seiner Ulti gut aufgeräumt Oh, schade Oh, jetzt defen die, aber wir haben noch 4 Minuten Kommt ein Reifen Ja Oh, tut mir leid, Lucio Dem hast du es auch richtig gegeben, dem Lucio, ne? Also, der hat nicht Junkray getötet, sondern eigentlich du Ne, ich habe da nicht drauf geschossen Also, ich habe nicht die Punkte bekommen dafür, dass ich den Reifen gekillt habe Eigentlich war das ein Team Nein Ach, ich hasse Mei Eigentlich mag ich Mei, aber ich hasse sie Vor allem, weil sie noch 43 AP hatte Bestion ist down Dass du gegen die Eiswaffe halt nichts machen kannst, ey Der Junkrat hat mir Seine Ulti dann Nicht seine Ulti, seine Meine Ulti hat er Alter Weißt du was, Leute? Weißt du was? Oh, Kamio Bagatekyo Kureli Mei hat sich gerettet, indem sie einfach in den Eisblock gegangen ist Ach komm, die haben aber auch nur Helden, die von Weitem sind und mit Raketen und Granaten Du weißt nicht, woher die kommen und du weißt nicht woher die kommen und Die Farah habe ich eben umgelegt Ja, aber den Junkrid nicht Das ist das Problem gewesen Ach, jetzt kommt schon wieder Immer wenn ich tot bin, kommt ein Reifen vom Junkrid, ey Und fast immer stirbt der Lucio da dran Komm Komm Ja Weeper's down Mei nicht Mei holen wir uns jetzt Komm Wieso nicht Ah, scheiße, jetzt macht der seine Ulti an Ich dreh durch Oben stand die Farah auch Die verteidigen das richtig gut Nein Nein, 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 nein Oh Gott Irgendeiner hat mich gerettet Ich sage jetzt, wir werden da nicht durchkommen Komm, alle down jetzt Komm, Farah down, alle schieben jetzt Und ich schieb noch nen Wolf rein, komm Jetzt rein Schieben, 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 schieben Schieben, 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 schieben Schieben, 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 schieben Nice, den Jatta Ich bewege mich nach Ich will mich nicht verändern Ach, fuck, ich stand oben auf dem Dings und der Bäschen hat mich geholt Komm, wir haben es fast geschafft, ey Hilfe, eingefroren So leicht lasse ich mich nicht besieden Immer wenn ich tot bin, kommt der mit seinem Reifen, was ist das? Noch 60 Sekunden Okay Wir gehen erneut, sagt er 60 Sekunden noch Wann hast du deine Ulti? Komm, komm, kurz Jetzt ist er down Ach, meine Ulti dauert noch Da ist ein Bastion auf dem Dings Ist jetzt down Mal steht schon wieder vor mir Mach's dir doch einer Ach, Mann Ich seh die nie, die ist so klein Und dann friert sie dich auf einmal ein, ey Oh, taktisches Visier von uns Ich muss Zeit ist nur eine Illusion Nice, 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 nice Drei sind tot Und zwei von uns Drei von uns Einen hab ich noch mehr gemacht Jetzt sind noch zwei da Und es sind vier von uns Der Bäschen ist wieder da Aber der steht noch nicht als Dings Jetzt seine Ulti an Fuck Drei Meter Ja Ja, ich kann grad nicht Ich komm da nicht hin Es sind zu viele Jetzt Drache Ach, scheiße Ah, mein Drache kam jetzt noch Da kommt er Drei Meter Ah Ja, schön gewesen Highlight des Spiels Ja Hat er echt gemacht am Anfang Habe ich ja gesagt Ach, wow So traurig Wow Wow, wow, wie wow Den ja, da kriegt Den ja, da war ganz cool Das war's mit der Folge Overwatch Schaut auch beim nächsten Mal wieder vorbei Tschüss Genau Kommщий